Heute möchte ich mit euch gemeinsam eine Wärmebildkamera von der Firma Wevor auspacken und euch die Konfigurationsmöglichkeiten zeigen. Diese Kamera, die ich hier habe, hat eine Aufnahmefunktion für Bilder. Die gibt es dann auch mal, wenn man auf diesen Mit hier drückt, gibt es die mit einer Videoaufnahmefunktion. Alles weitere sehen wir aber gleich in dem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Geliefert wird die Wärmebildkamera in diesen schicken schwarzen Karton. Wirklich sehr solide und macht richtig was her, sieht edel aus. Also auch als Geschenk mit Sicherheit sehr gut geeignet. Nun schauen wir mal, was sich in dem Karton befindet. Auch der Inhalt ist sehr gut geschützt mit dieser schwarzen Schaummatte. Dann haben wir eine Kalibrierungskarte, also ein Zertifikat. Eine weitere Karte mit allen Daten der Kamera, Seriennummer etc. Und selbstverständlich eine Bedienungsanleitung, die ich kategorisch sowieso an der Seite lege. Schaue ich mir nicht an. Dann befindet sich noch eine 16 GB Karte SD dabei. Bei der Videofunktion, also die Wärmebildkamera, die eine Videofunktion beinhaltet, ist dann eine 64 GB Karte dabei. Dann haben wir hier noch ein USB Kabel. Dann können wir die Karte auch direkt mit unserem PC auslesen. Brauchen die also oben nicht wieder entfernen. Und das Gerät selbst und eine Tasche ist auch noch mit dabei, damit man das Teil gut verstauen kann. Schauen wir uns das Teil doch mal näher an. Oben befindet sich eine Gummiabdeckkappe. Diese schützt die beiden Schlitze, also einmal den USB-Anschluss und einmal den Schlitz für die SD-Karte vor Spritzwasser. Das ganze Gerät ist spritzwassergeschützt. Und durch diese dicke Gummierung darf das Teil auch, denke ich mal, gerne mal runterfallen. Da passiert so schnell nichts mit. Eben darauf achten, dass man diese Kappe wieder gut festdrückt, damit er kein Wasser eindringen kann. Ja, und dann haben wir hier einen sehr guten Griff. Das Gerät liegt sehr gut in der Hand. Wir haben hier verschiedene Tasten, die ich euch gleich genauer zeige. Unten haben wir nochmal ein Gewinde. Wenn man das ganze Teil auf ein Stativ befestigen möchte, ist das auch möglich. Das Gerät lässt sich mit dem roten Knopf, wer hätte es gedacht, einschalten. Man hält diesen drei Sekunden lang gedrückt und dann muss man ein paar Sekunden warten, bis das Gerät sich einmal initialisiert hat. Ja, das dauert ein bisschen, aber er kalibriert sich in der Zeit und geht einmal sämtliche System-Settings durch, schaut, dass alles in Ordnung ist. Die Firmware wird geladen und dann ist das Gerät auch schon einsatzbereit. Jetzt stelle ich mir die Sprache ein. Ich wähle hier Deutsch und hier kann man Datum und Uhrzeit einstellen. Das überspringe ich jetzt mal. Ist nämlich langweilig. Und somit ist das Gerät auch schon einsatzbereit. Wie ihr seht, haben wir hier drei Fadenkreuze. Ein weißes, ein grünes und ein rotes. Das weiße Fadenkreuz ist unser Zielpunkt, nenne ich es jetzt mal. Dort können wir direkt ansteuern, was wir jetzt messen möchten. Und die Temperatur wird dann oben links in groß angezeigt. Grün ist dann die kälteste Temperatur in diesem Bildausschnitt und rot ist die wärmste Temperatur, die wir in diesem Bildausschnitt haben. Die Temperaturen werden dann unter der Temperaturanzeige oben links angezeigt. Maximum und Minimum. Hier haben wir noch einen kleinen Schalter. Wir können also auch Licht ein- und ausschalten. Weiß nicht, wofür man es braucht, aber vielleicht zur Orientierung, wenn man nachts da irgendwo um die Häuser schleicht. Vielleicht ganz hilfreich. Das ist eine Rückstelltaste. Damit kann ich zurückgehen. Und links befindet sich dann eine Play-Taste. Da kann man dann die Bilder auf der SD-Karte einmal abspielen und auch weiter blättern. Vorne am Handgriff haben wir dann diesen Pistolenschalter, nenne ich ihn mal. Damit kann ich einmal unser Foto auslösen. Also einfach einmal draufdrücken. Dann erscheint das Foto oben. Und ja, dann kann ich es abspeichern. Und das Foto ist auf der SD-Karte dann enthalten. Und später kann ich es dann am PC wieder zurückholen auf dem Rechner und dort eben bearbeiten. Ja, hier haben wir den Kamin. Den habe ich jetzt mal als Testobjekt genommen. Wie man sieht, weiße Bereich ist 52 Grad. Da, wo sich das weiße Kreuz gerade befindet, gehe ich jetzt weiter runter, ändert sich das auf knapp 200 Grad. Das ist jetzt die Frontscheibe von dem Kaminofen. Ja, und wir sehen jetzt hier, wir haben eine Mindest-Temperatur, also eine Minimum-Temperatur in diesem Bildausschnitt von 22 Grad. Jetzt gehe ich mal hier hoch zu den Lüftungsgitter. Dort kann man sehr schön sogar das Kaminrohr erkennen. Das ist natürlich klasse. Sieht man in Natura nicht. Aber auf der Wärmebildkamera wird das super schön sichtbar. Ja, oben rechts ist noch die Batterieanzeige. Habe ich vorhin komplett vergessen zu erwähnen. Ja, schauen wir mal, was wir noch so sehen. Ja, ganz interessant. So ein paar rote Bereiche, die neben dem Kamin sind. Oben, oberhalb des Kamins, haben wir auch sehr hohe Temperaturen, wie man hier erkennen kann. Na gut, also ich sage mal die Differenz, Raumtemperatur 20 Grad und oben haben wir 30 Grad. Also das ist ein 10 Grad Unterschied, weil die warme Luft ja bekanntlich nach oben steigt. Gehen wir nochmal wieder ein bisschen nach unten zur Kaminscheibe. Immer noch 200 Grad, obwohl der Kamin kaum noch glimmt, wie man sieht. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Einstellungen an. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Fadenkreuze ein- und auszuschalten. Ich kann also hier links den weißen Punkt aktivieren und deaktivieren. Das gleiche kann ich mit dem roten Punkt machen und auch mit dem grünen Punkt. Also einmal draufdrücken, dann ist er weg. Und man sieht dann in diesen Symbolen, dass der durchgestrichen wird. Und ganz rechts haben wir nochmal so ein Symbol. Schließen nennt sich das. Damit sind dann gleichzeitig sämtliche Fadenkreuze verschwunden. Also man kann sich das Gerät so einstellen, wie man es haben möchte. Wer sagt, ich möchte nur wissen, was jetzt gerade der Mittelpunkt für eine Temperatur hat auf meinem Bild. Dann lässt man einfach das weiße Fadenkreuz aktiviert und schaltet den Rest aus. Man kann sich das eben so einstellen, wie man möchte. Eine weitere Einstellmöglichkeit befindet sich hier unter Paletteneinstellungen. Dort kann ich jetzt wählen, wie ich meine Wärmebildkamera haben möchte. Also zum Beispiel heiß wird ganz weiß oder heiß wird schwarz oder Regenbogenfarben oder eben die Standardeinstellung, wie wir sie gerade schon gesehen haben. Kommen wir zu der dritten Menüleiste. Dort haben wir dann Punkt 1 Messung, Emissionsgrad, Temperatureinstellung und Entfernung zum Objekt. Kann ich dort alles verändern. Temperaturmessskala minus 20 bis 150 Grad oder 100 bis 350 Grad. Je nachdem, welchen Temperaturbereich ich messen möchte, stelle ich mir dort ein. Einstellung für Erinnerung bei 130 oder bei 20 Grad ist hier Standard, ausgeschaltet, brauchen wir nicht. Manuelles Aufnehmen habe ich hier auf Aus, das mache ich mit dem Triggerschalter vorne am Griff. Und wir haben hier Temperatureinheiten, Grad Celsius, Datum, Uhrzeit habe ich immer noch keine Lust zu, stelle ich nicht ein. Sprache hatte ich Deutsch eingestellt. Hier kann ich die Bildschirmhelligkeit verändern, mittel, niedrig, hoch. Und dann haben wir noch automatisches Ausschalten. Habe ich hier 20 Minuten Standard eingestellt. Und hier haben wir noch die Systemeinstellung, Geräteinformation oder auf Werkseinstellung zurücksetzen. Und ich kann dort auch meine SD-Karte formatieren. Unten rechts sehen wir immer die Temperatur, die sich gerade in dem Raum befindet, beziehungsweise die wir in einem Raum haben, wo ich mich gerade mit meinem Gerät befinde. Ja, zu guter Letzt packen wir nochmal hier die Tüte aus. Das ist hier die Tasche, die Aufbewahrungstasche für das Gerät. Ja, und ich denke, dann sind wir somit durch. Habt ihr noch Fragen zu dem Gerät? Einfach unten ins Kommentarfeld reinschreiben. Daumen hoch, nicht vergessen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Andy. Und ihr findet selbstverständlich die Produktlinks unten in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.